Und in Paris sind wir jetzt mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober verbunden. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Gesundheitsminister, wir erleben steigende Infektionszahlen auf dem ganzen Planeten und Regierungen, die ihre Maßnahmen wieder verschärfen. Sie haben heute rund um Ihren Paris-Besuch gesagt, Sie erwarten sich, dass es in den nächsten Monaten, Zitat, schwierig werden kann. Was heißt das konkret? Ja, wir wissen von allen Experten und Expertinnen, das haben wir auch hier gehört, auch von der Weltgesundheitsorganisation, dass dann, wenn im Herbst die Temperaturen wieder sinken, die Menschen sich in geschlossenen Räumen aufhalten, dass dann das Infektionsrisiko einfach zunehmen wird. Und darauf wollen wir uns jetzt sehr professionell vorbereiten mit einem Aktionsprogramm in Österreich, aber auch mit vielen, vielen gemeinsamen Schlüssen, die wir ziehen, mit anderen europäischen Staaten. Best-Practice-Beispiele kennenlernen. Ich habe heute einen Fundus von neuen Ideen und Vorschlägen mitgenommen, wie wir diesen Herbst bestmöglich bestreiten können. Jetzt hat Österreich heute die Landeverbote massiv ausgeweitet. Das gilt ab Donnerstag und betrifft vor allem die Balkanstaaten. Ist da unmittelbar noch mehr geplant? Nein, wir haben einfach die Vorgangsweise in der Bundesregierung so gewählt, dass wir gesehen haben in den letzten zwei, drei Wochen, dass am Westbalkan die Zahlen doch deutlich nach oben gehen und dass wir in Österreich bereits erste Cluster vorfinden von Menschen, die aus dem Westbalkan nach Österreich reisen. Und deswegen wollen wir einfach die Einreise besser kontrollieren. Das ist der Hintergrund dieser Übung. Das heißt auch bessere Grenzkontrollen und es hat eine Reisewarnung seitens des Außenministeriums für diese Länder gegeben. Und das heißt bei uns automatisch auch immer Flugverkehrsverbote, die aber sobald, die wöchentlich kontrolliert werden, das heißt wir sehen uns die Datenentwicklung, die Zahlenentwicklung sehr professionell an. Und wenn die Zahlen wieder nach unten gehen, wird das auch aufgehoben wieder. Diese Woche zum Beispiel wurde das Flugverbot von und aus der Lombardei wieder aufgehoben, weil eben die Situation in der Lombardei eine erfreulich positive mittlerweile wieder ist. Ich möchte mit Ihnen jetzt über die internationale Zusammenarbeit sprechen. Sie fordern heute in Paris, dass Österreich in der Weltgesundheitsorganisation präsenter werden muss. Wie stellen Sie sich denn ein präsentes Europa in der WHO vor, wenn die Einigkeit nach innen nicht einmal so richtig funktioniert? Stichwort Schützausrüstung oder Grenzkontrollen? Naja, ich habe schon den Eindruck, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union mittlerweile viel, viel besser ist. Sie wurden einfach alle überrascht durch diese Krise, keiner war so richtig eingestellt darauf und deswegen hat es ein reflexartiges Vorgehen von fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegeben. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir etwas mehr Zeit haben in der Vorbereitung auf den Herbst und deswegen wollen wir uns, und das war ja heute so ein Symbol dafür, auch bestmöglich gemeinsam vorbereiten. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass wir merken, dass natürlich die Weltgesundheitsorganisation mit dem jetzt angekündigten Austritt der Vereinigten Staaten in eine sehr schwierige Situation kommt. Und ich denke mir, dass dieses Vakuum bestmöglich von der Europäischen Union genützt werden soll, mit einer gemeinsamen Strategie stärker für eine Weiterentwicklung der Weltgesundheitsorganisation zu sorgen. Also nicht tatenlos zusehen, wie die Weltgesundheitsorganisation etwa ein Drittel des Budgets verliert und damit geschwächt wird durch den Austritt der Vereinigten Staaten. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die WHO aufrechterhalten, dass wir sie absichern und dass wir sie stärken in den nächsten Monaten und Jahren. Und das heißt, die Europäische Union muss dieses Ziel gemeinsam stärker verfolgen, stärker aktiv werden innerhalb der WHO. Und das sollte und wird auch ein wesentliches Ziel der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein. Und ich bin da eigentlich im Einklang und einer Meinung mit meinen Kollegen, den anderen Gesundheitsministern. Was wir aber sehen, ist, dass zumindest bei den Reiseverboten nicht wirklich ein Unterschied bemerkbar ist zu vor vier Monaten. Also gestern hat Ungarn eigene Landeverbote erlassen, heute Österreich und die decken sich ja teilweise auch nicht. Also eine Koordination ist da nicht wirklich bemerkbar. Ja, es wird schon besser, aber es stimmt schon. Es gibt noch unterschiedliche Vorgangsweisen in manchen Details. Wir sind uns einig darüber, dass im Kerneuropa, innerhalb der Europäischen Union, hier möglichst gemeinsam vorgegangen werden soll. Da gibt es große Einigkeit. Aber es gibt noch keine gemeinsam hundertprozentig ausdefinierte Linie, was etwa Reisewarnungen und Ähnliches betrifft. Aber das war ja immer in der Vergangenheit auch eine nationale Entscheidung, wer und für wen und in welche Richtung eine Reisewarnung 6, Stufe 6, ausgerufen wird. Das war immer nationale Entscheidungskompetenz. Das wird auch so bleiben, wie ich höre. Und danach richtet sich dann eben die Frage der Landeverbote bzw. der Flugverbote. Das ist ein ganz normaler Akt. Aber auch ich würde mir da wünschen, dass wir uns hier auch hier weiterentwickeln. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass wir in den eigentlichen Kernfragen der Gesundheit, der Bestellung von Sicherheitsausrüstungen, bei der Frage, dass es wieder eine eigene europäische Arzneimittelproduktion braucht, also bei der Krisensicherheit für die Zukunft, dass wir uns da gemeinsam in Europa aufstellen. Denn gemeinsam sind wir stärker. Und eine Pandemie kann man nicht als Nationalstaat lösen. Das geht nur gemeinsam. Dann lassen Sie uns aber kurz trotzdem auf die nationalen Maßnahmen eingehen. Die SPÖ fordert gestern wiederholt eine Maskenpflicht in Supermärkten. Vizekanzler Kugler sagt dazu, dieser Vorschlag ist überlegenswert. Wovon hängt das ab, ob die Maskenpflicht wieder kommt oder nicht? Naja, wir haben ja angekündigt, dass wir jetzt bis zum Ministerrat im Sommer, also Ende Juli dieses Monats, also in zwei Wochen, dass wir bis dorthin einen großen Aktionsplan mit 17 Details zur Vorbereitung auf den Herbst und zur Verhinderung einer zweiten Welle vorbereiten. Da ist die Ampel, die Corona-Ampel, ein wesentlicher Teil davon. Und in dieser Corona-Ampel wird auch geregelt, was passiert, wenn die Zahlen nach oben gehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt regionale Ausbrüche, so wie derzeit Oberösterreich zum Beispiel. Dann muss es regionale Gegenmaßnahmen geben. Denn es würde kein Mensch der Welt verstehen, wenn man in Linz hohe Werte hat, dass dann in Bregenz eine Maske verwendet werden muss. Wäre ja sinnlos aus meiner Sicht. Wenn es allerdings so ist, dass die Zahlen bundesweit nach oben gehen, ja dann müssen wir bundesweit reagieren. Und da ist dann der Mund-Nasen-Schutz absolut eine Option. Und das ist eine Maßnahme, die in der Ampel einfach verankert wird. Das ist das Schöne an der Corona-Ampel. So planen wir sie. Und deswegen möchte ich sie auch haben, dass wir transparent wissen, bei welchen Zahlenentwicklungen wird es welche Maßnahme geben. Das heißt, keine kurzfristigen Entscheidungen, sondern klare, transparente, nachvollziehbare Entscheidungen. Darum geht es. Ich schätze die Pamela Rendi-Wagner sehr. Sie hat viel Grundkompetenz in diesen Fragen. Und deswegen beschäftige ich mich mit derartigen Vorschlägen immer sehr, sehr gern. Zwei kurze Fragen hätte ich noch. Seit dieser Woche kann man sich online bei einer Drogerie einen Corona-Test kaufen, um etwas mehr als 100 Euro. Die Nachfrage ist da sehr groß. Wie stehen Sie zu solchen Angeboten? Es hängt davon ab, welche Form von Test es ist. Die PCR-Tests, die bei uns am Markt sind, die sind mittlerweile sehr gut. Sie haben hohe Qualität im Wesentlichen. Wer ganz sicher sein will, der sollte das noch einmal überprüfen, nachfragen. Bei uns gibt es auch eine klare Bewertung von Tests. Das heißt, da kann man auch auf der sicheren Seite sein. Wo ich eher vorsichtig wäre, das sind die Antikörper-Tests, wo es noch sehr, sehr unterschiedliche Produkte gibt am Markt. Und da wäre ich lieber auf der sicheren Seite. Also PCR-Test, der Test, der feststellt, ob ich erkrankt bin. Denn ja, da kann man durchaus im Wesentlichen auf die Standards vertrauen, die am Markt erhältlich sind. Wenn man aber allerdings glaubt, man hat Symptome, man fühlt sich nicht gut, man hat eine leichte Erkrankung. Und das auch argumentieren kann, dann würde ich raten, direkt bei der Hotline, bei der Medizinischen unter 1450 anzurufen. Da hat man dann den behördlichen Test, der ist abgesichert, was die Standards betrifft. Und da ist man zu 100 Prozent auf der sicheren Seite. Allerletzte Frage. Laut einer aktuellen Umfrage sind Sie der beliebteste Politiker in Österreich und haben damit Bundeskanzler Sebastian Kurz von Platz 1 verdrängt. Welche Rolle spielt denn das für das Koalitionsklima? Also ich bin, darf vielleicht ein bisschen altmodisch, mag sein, ich habe keine Ahnung, aber für mich ist Politik einfach kein Pferderennen, kein Wettrennen, kein Schönheitswettbewerb oder etwas anderes, sondern Politik ist einfach das Problemlösen. Und das ist ein harter Job und da geht es tagtäglich darum, das Beste zu geben, damit die Probleme, wie wir sie etwa jetzt durch diese größte Pandemie seit 100 Jahren bei uns haben, dass die gelöst werden. Das ist für mich das Entscheidende, aber natürlich ist es schön, wenn man merkt, dass viel Vertrauen da ist und dieses Vertrauen brauchen wir auch in dieser Situation. Und dafür bedanke ich mich natürlich. Herr Gesundheitsminister, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.